Ich würde sagen, ich speichere hier nochmal ab. Machen wir hier. Ja. Okay. Acht Minuten. Ähm. Zwölf Minuten. Mhm. Wir müssen... Da lang. Glaube ich. Chaosfresser. Die wütende Klinge dürstet nach Vernichtung. Okay. Oh. Machen wir erstmal die. Zack. Hat schwer. Chaosfresser. Kriegst legendäre Klinge. Sie wurde ebenfalls ihrer ursprünglichen Stärke und Macht beraubt. Klinge. Gesier. Erforderlich. Dieser Angriff nutzt die Kraft des Chaosfressers und lässt vom Krieg herum einen tödlichen Feld aus Klingen entstehen. Ach Klinge. Gesier. Gesier. Wie hier. Die Seelen der Toten werden deine Währung sein. Einige Feinde lassen sich leichter kaufen als töten. Okay. Ja da war ja was. Mit Seelen sammeln und dann dadurch kaufen und... Also so eine Währung. 200. Suche den Dämonen Vulgrim auf. Nur wenige können sich seine Dienste leisten, aber vielleicht kannst du mit ihm handeln. Der Rat gibt sich jetzt mit Dämonen ab, ist das so? Als der Pakt gebrochen wurde, verloren einige Dämonen die Gunst des Zerstörers. Vulgrim ist einer dieser Verstoßenen. Er möchte schon seit langem eine Audienz bei uns. Wie lange bin ich schon hier? Ja. Wie lange bin ich schon hier? Wie lange bin ich schon hier? Anscheinend haben wir unser Ziel ein klein wenig verfehlt. Nicht so schnell, Reiter. Bis das hier vorbei ist, bist du ein Hund an der Leine. Wenn ich sage, gib laut, dann bellst du. Wenn ich sage, sitz, dann solltest du dich damit beeilen. Und wenn ich dich treten muss, solltest du vorher deine Zähne rausnehmen. Verstanden? Oder soll ich dir beibringen, wie man sich totstellt? Guter Junge. Hallo. Seraphim Motel, finden Sie den Dämonen Vulgrim? Ja, dann hatte ich ihm was verwechselt. Ist ja egal. Ich muss mal kurz was nochmal einstellen. Okay. Ähm, kleinen Moment. Herrlichkeiten und Bild. Also kann man mal ein bisschen runterstellen noch. In der Aufnahme. Was ein bisschen zu hell war. Oder? Moment. Immer noch nicht. Ähm, Filter. Hm. Das passt. Alles klar. Da haben wir das doch ein bisschen zu hell eingestellt. So, hier haben wir unsere Sachen. Okay. Ja, das ist eingeteilt. Das war Lebensszenz. Ja, unser Leben. Die Waffe. Das weiß ich nicht mehr. Ähm, ja. Ich weiß vieles nix mehr. Nicht mehr. Naja. Hopp. Bam, bam. Ach ja, stimmt ja. Hier draus kriegen wir ja auch Seelen. Wenn wir die Sachen kaputt machen. Dann kann man die ja mal kaputt machen. Bam. Bam. Okay. Sehr schön. Ups. Naja, gut. Braucht man ja nicht machen. Sofort alles. Hopp. Okay. Viel. Ja, wie gesagt. Hier kommt das Begrüßungskomitee. Krieg? Warum stellst du dich nicht selbst vor? Hier sagt einiges kenne ich ja noch. Aber auch nicht wirklich vieles. Was echt lange her ist. Stimmt. Noch mehr. Bam, bam. Tschüss. Ouch. Ach so war das. Alles klar. Okay, das war so. Aber das ist halt. Bei denen braucht man das nicht machen. Ich wollte nur mal gucken, wie das war. Aber die treffen mich ja auch. Das war also so. Okay. Heilungselixier. Müssen wir dann auch mal finden. Verschauen wir dann mal. Tschüss. Hast du ein komisches Vieh? Was echt hässlich ist. Okay. Also es explodiert. Haha. Wenn man so anvisiert ist, ist es ganz gut. Dann geht er zum nächsten hin. Alle platt, alle platt. Öffnen. Tschüss. Das war der Fallstuhl. Dann wollen wir mal nach oben. Glaube ich. Okay. Jupp. Hier sind noch mehr. Na komm. Da kommt das Riesenvieh. Autsch. Was explodiert. Glaube ich. Boah. Autsch. Nein. Nein. Vergiss es. Nein. Er explodiert. Sag ich ja. Haha. Tschüss. Ich glaub die grünen Szenen war auch für Leben, oder? Was war das? Autsch. Und tschüss. Ähm. Da. Oh. Bisschen rumgeklatscht hier wieder. Die brauchen alle auf die Fresse. Die waren wieder nicht nett. Wir haben wieder nur Scheiße gemacht. Ach ja. Ich will erstmal die dann noch erledigen. Und wir haben auch noch eine Kiste. Deswegen. Öffnen wir die erstmal. Was kriegen wir? Können wir sehen. Also leben. Okay. So war das. Ähm. Darum ist mir. Dann heißt das. Zielen. Dass wir da rüber kommen. Oder hoch kommen, ja gesagt. Hoch mit dir. Oh Mann. Diese Ansicht manchmal. Okay, jetzt aber. Hop. Hop. Nanananananana. Und zack. Vergiss es. Wow. Okay. Und alle abschlachten. Das wird halt immer noch schwerer. So. Okay. Weiter geht's nach oben. Weiter. Viel zu viel geklettert. Habe ich das nicht in einem anderen Spiel auch gesagt? Es ist ein Squeed. Glaub' ja. Ach ja. Erstmal schlachten, um da rauszukommen. Naja. Was soll's. War auch weg. Das wollte ich eigentlich machen, aber. Nee, lass mal. Jetzt kommen noch mehr. Jetzt kommt ein großes Vieh. Natürlich. Natürlich doch. Vergiss es. Und der ist da hingegangen, wo er nicht hin sollte. Nein. Vergiss es. Ah fuck. Hab ja nichts von der Energie. Nein. Ich stelle mich gerade so doof an, wie es nur geht. Nee. Komm her. Vergiss es. Oh fuck. Und stirb. Und in den Kopf damit. Okay. Dieser Mö öffne dich. Jupp. Noch was hier irgendwie. Was wir haben. Wollen. Brauchen. Hier ist nix. Hier auch nicht. Okay. Ist klar. Es rumpelt. Rumpelt hier alles. Okay. Ich will mal ein bisschen schneller sein. Deswegen setze ich das auch ein. Okay. Voll weggeschoben eben. Ich glaube die brauchen wir jetzt auch. Danke. Die Kreuzung. Wie lange war ich fort? In Erdenjahren? Ungefähr ein Jahrhundert. Lange genug, dass die letzten Mundatmer aussterben konnten. Dann ist das dritte Königreich verloren. Ich will ja nicht. Dann ist das. Das war's. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Subtil Ich hab dich fast nicht kommen gehört Vulgrim Der Rat hat mich also endlich ernst genommen Wenn das so ist, wirst du sicher nicht mit leeren Händen kommen Sonst wird dies die kürzeste aller Vorstellungen Da waren ein paar junge Leute Spektakulär Du willst wissen, welche Macht hinter dem Zerstörer steckt Du wirst die Antworten und die Quelle seiner Macht dort finden Hast du es so eilig zu sterben? Du bist nicht einmal ein Schatten deines früheren Selbst Du würdest nicht einen Moment überleben Abgesehen davon ist der Weg zu dem Turm durch Dämonenmagie verhüllt Nicht einmal ich kenne den Weg Wer kennt ihn? Stille meinen Hunger Dann stelle ich deine Neugier Sammeln sie 510 für Vulgrim Todesbote Errungenschaft Vorratssucher Ein Gegenstand der Dämonen Der die Lage aller Truhen im Umfeld auf der Karte enthüllt Du stellst meine Geduld auf die Probe, Reiter Bring mir Okay Die Karte war hier Hm Da ist eine Tore Da, da Da, da Also gehen wir erstmal hier lang Und machen das hier Noch nebenbei Oh, das war ein Baum Tschüss Aber die Bäume stehen Voll vertrocknet Tschüss Enten ist eine Truhe Truhe Kaputt machen Was haben wir hier? Ach du schon wieder Vergiss es Vergiss es Autsch Ja, vergiss es Oh fuck Nein Nein Nein, habe ich gesagt Autsch Das war knapp Tschüss Und Zack Ja damit Mit deinen Seelen Also auch nur Leben wieder Aber die brauche ich ja jetzt auch wieder Super Da kommen wir noch nicht lang Okay Hallo Was haben wir denn hier unten eigentlich so schönes? Und er zeigt mir Da was an Okay Vergiss es Nein Vergiss es Noch mehr Seelen Da sterbe ich, oder? Ne, tu ich nicht Ähm Tauchen Konnte ich Tauchen So konnte ich tauchen Hey, wir haben hier nämlich irgendwas Da haben wir es Okay Artefakt Soldat Diese alte Insignien wurden den Legionen der Hölle als Trophäen für den Blutbad in den letzten Tagen der Welt überreicht Bringen sie sie zur Wolken, damit er sie dafür entlohnt Okay Alles klar So, das haben wir Ein paar Seelen noch So, das war wir es So, das war so So, das war's So, das war's Ich habe es Ich habe es Ich habe es Eingang